Heute stelle ich dir 5 Aktien vor, wo der CEO selbst stark investiert ist. Warum ist das gut? Stell dir vor, du schmierst Brezeln. An einem Tag wirst du pro Stunde bezahlt, am nächsten wirst du pro Brezel vergütet. An welchem Tag lieferst du bessere Leistungen? Natürlich bei den Stückzahlen. Je fleißiger du schmierst, desto mehr Kohle gibt es. Dieses Prinzip gilt auch für Unternehmen. Hält der CEO eigene Aktien, ist er stark am Erfolg seines Unternehmens interessiert. Er haut sich extra rein, da er selbst enorm davon profitiert. Entwickelt sich sein Betrieb super, sollte noch seine Aktien super steigen. Bei mir gibt es keine leeren Worte. Ich habe mir diese Woche nicht eine, nicht zwei, sondern sogar drei Aktien aus dem heutigen Video gegönnt. Wie das? Ganz einfach. Ich hatte vorher einen großen Cashanteil im Depot. Er kam durch meinen Tesla-Verkauf zustande. Ich habe dieses Geld am Mittwochabend reinvestiert. Bevor es losgeht, möchte ich dich kurz auf ein spannendes Event hinweisen. XTB veranstaltet am 19. November den Investing Day. Es gibt dort viele spannende Vorträge zur Börse. Dirk Müller, Professor Rieck, Samir Boyardan, der Blog-Trainer Markus Fugmann und Marc Friedrich. Das sind super spannende Namen. Die Teilnahme ist komplett kostenlos. Du musst dich nur kurz registrieren. Das lohnt sich, weil das Event aufgezeichnet wird. Hast du am 19. keine Zeit, verpasst du nichts. Nach dem Event erhält jeder, der sich registriert hat, eine Aufzeichnung. Ich habe dir das Event unten im ersten Kommentar verlinkt. Melde dich gleich an, um die Anmeldefrist nicht zu verpassen. Insider-Käufe sind eine starke Sache. Das Management hat den tiefsten Einblick ins eigene Unternehmen. Wenn die Top-Leute große Anteile halten, ist es ein starker Vertrauensbeweis. Nur deswegen solltest du aber niemals gehirnlos Aktien kaufen. Wirecard-Chef Braun hat mitten in der größten Krise gebuttert. Er hat mal eben 2,5 Millionen Euro als Vertrauensbeweis hingeblättert. Danach hat sich die Aktie, nun ja, nicht gerade positiv entwickelt. Es geht besser, sagen wir es mal so. Insider sind schön, eigene zusätzliche Recherche ist schöner. Das war meine kleine Risikostandpauke vor dem Video. Kommen wir nun zu den 5 Aktien. Mercado Libre ist eine E-Commerce-Plattform aus Argentinien. Du siehst hier die ganzen Länder, wo man aktiv ist. Argentinien, Brasilien, Mexiko und Uruguay. Man ist in ganz Lateinamerika tätig. Die Website sieht so ein bisschen wie Amazon aus. Das ist auch der Grund, warum Mercado Libre als Amazons Lateinamerikas bezeichnet wird. Man hat ein ähnliches Geschäftsmodell. Zusätzlich bietet man Zahlungsdienstleistungen und Auktionen sowie Kleinanzeigen an. Man kann Mercado Libre also als Amazon, Ebay und Paypal Südamerikas bezeichnen. In Südamerika ist Bargeld sehr beliebt. Es gibt noch sehr viel Potenzial im bargeldlosen Zahlungsverkehr. Davon sollte die Zahlungssparte profitieren. Diese ganzen Fantasien versprechen verdammt viel Wachstum. Und tatsächlich, die Umsätze sollen raketenartig ansteigen. Mercado ist bereits jetzt ein Big Player. Ich denke, das Unternehmen wird in fünf Jahren in einem Atemzug mit Amazon Alibaba genannt. Man wird der E-Commerce-Panzer Südamerikas sein. Die Geschäftsführung glaubt daran. Markus Eduardo Galperin ist der CEO des Unternehmens. Im Vorstand haben wir noch Nikolas Roberto Galperin als Direktor. Das sind beides Brüder. Die Galperin-Familie ist über den Galperin-Trust fett in Mercado Libre investiert. Sie erhalten rund 8% des Unternehmens. Der Börsenwert liegt aktuell bei 70 Milliarden Euro. Ihre Beteiligung ist also rund 5,5 Milliarden Euro wert. Ich habe auch fett zugeschlagen. Ich habe mir 0,000026% des Unternehmens gegönnt. Oder einfacher gesagt 1800 Euro. Die Anteile habe ich in meinem Wikifolio gekauft. Das sind die 10,7%. Alle meine Trades sind dort live nachvollziehbar. Du kannst jederzeit sehen, was ich kaufe oder verkaufe. Ich spreche ehrlich über meine Käufe und Verkäufe. Du kannst hier alles offen und ehrlich sehen. Ich habe kein geheimes Aktiendepot. Wenn dir meine Transparenz gefällt, supporte mich bitte mit einem Daumen hoch. Du weißt ja, das bringt starkes Börsenkarma. Meine zweite Aktie ist Tesla. Inzwischen sollte jeder wissen, was sie machen. Sie stellen Elektroautos her. Hier siehst du ihre neuesten SUV. Ah, Moment einmal, falsch. Diese SUV kommt vom Konkurrenten Rivian, der am Mittwoch an die Börse gegangen ist. Rivian wird von Ford und Amazon unterstützt. Amazon möchte 100.000 Lieferwegen von Rivian bestellen. Klingt ganz nett. Tesla ist ihnen trotzdem himmelweit voraus. Deshalb habe ich am Mittwoch Tesla-Aktien für so 16.000 Euro zurückgekauft. Das habe ich bei 1.035 Dollar herumgemacht. Wie groß ist Elon Musk eigentlich investiert? Zuerst einmal, er ist offiziell der Techno-King of Tesla. Kein Scherz, das steht so tatsächlich in den Geschäftsberichten. Er hat einen Bruder. Kimball Musk ist Direktor des Vorstandes. Das Brüderchen hat vor ein paar Tagen für Wirbel gesorgt. Kimball war frech. Er hat mal eben 15% seiner Tesla-Aktien verkauft. Vorher hatte er 600.000 Stück, nun sind es 511.000. Okay, man kann mal Gewinne mitnehmen. Vielleicht möchte sich der große Kimball eine Luxusjacht oder ein Anwesen auf dem Mars leisten. Doch die Geschichte wird wilder. Paar Tage nach dem Kimball-Verkauf hat Elon was auf Twitter gepostet. Er hat abstimmen lassen, ob er 10% seiner Aktien aus Steuergründen verkaufen soll. Die Abstimmung hat ein klares Ja ergeben. Deshalb hat er von Montag bis Mittwoch für 5 Milliarden Dollar verkauft. Ich habe darauf spekuliert. Deshalb bin ich am Mittwoch wieder rein. Insider müssen ihre Transaktionen innerhalb von 48 Stunden melden. Die Meldung, dass er fertig ist, sollte für positive Stimmung sorgen. Das ist so gekommen. Vorher hielt Elon 17,2% aller Tesla-Aktien. Nun sind es 15% herum. Das ist immer noch ein starkes Statement. Ich habe nun langfristig investiert. Mein Kursziel liegt bei 10.000 Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts. Die schwedische Biko Group bringt ordentlich Zukunftsfantasie mit. Man verspricht Organe aus dem Biodrucker. Wie lange das dauert, kann niemand sagen. Nase und Ohren sind bereits heute möglich. Jetzt kommt der Clou. Biko verdient sein Geld hauptsächlich mit 3D-Bioprintern. Früher haben so Teile über 100.000 Euro gekostet. Dank Biko gibt es sie für unter 10.000 Euro. Nur der Drucker allein bringt ihr aber nichts. Deshalb bietet man auch Tinte an. Aus irgendwas müssen die Organe schließlich gedruckt werden. Auch hier konnte Biko seine Nische revolutionieren. Früher mixten sich die Labore ihre Tinte mühsam zusammen. Biko brachte ein standardisiertes Produkt auf den Markt. Das Unternehmen hieß früher übrigens Selling. Man hat sich kürzlich erst in Biko umbenannt. Der Biodruckkonzern fährt einen aggressiven Wachstumskurs. Man übernimmt regelmäßig Unternehmen, um seine Position zu stärken. Im Gegensatz zu irgendwelchen Pharmabuden, die auf ihre Medikamentenzulassung warten, verkauft man bereits jetzt Produkte. Biko ist ein typischer Schaufelverkäufer. Gibt es irgendeine Fortschritte, könnte man jedes Labor auf unserer lieben Welt beliefern. Man ist also nicht von einem einzigen Medikament abhängig. Das Management steht fest hinter dem Unternehmen. Der CEO, Erik Paul Gattenholm, hält 16% aller Aktien. Es wird besser. Der Technikchef, Hector Daniel Martinez-Avila, ist zu 11% beteiligt. Als Technologe kann er das Potenzial einigermaßen realistisch einschätzen. Und er ist groß investiert. Das ist ein positiver Indikator für die Zukunft. Der Finanzchef Gusten Danielson hält immerhin 2,5% der Biko-Aktien. Das Management hat eine Liebesbeziehung zum Unternehmen. Das nenne ich mal einen mega starken Support. Die Aktie ist zuletzt um über 40% abgestürzt. Wir haben nun interessante Kaufkurse. Aber vergiss nicht, dass die Branche spekulativ ist. Es kann locker noch tiefer fallen. Biko ist nur etwas für hochspekulative Investoren. Die Baader Bank ist ein typischer Schaufelverkäufer. Man arbeitet mit Brokern zusammen. Scale the Capital oder Finanzenet Zero sind ein paar Beispiele. Wenn du beim Broker von Finanzenet ein Depot öffnest, hast du streng genommen kein Finanzenet-Depot. Es wird von der Baader Bank bereitgestellt. Es wickelt auch deine Käufe und Verkäufe ab. Man verdient also ein Depot und zusätzlich an den Transaktionen. Wir hatten zuletzt einen Aktien-Hype. Viele junge Anleger haben zur Börse gefunden. Da sollte die Baader Bank langfristig vorantreiben. Man arbeitet mit starken Neobrokern zusammen. Sie wachsen und deshalb sollte auch die Baader Bank wachsen. Der größte Konkurrent ist Trade Republic, weil sie mit Lang und Schwarz zusammenarbeiten. Scale Bill expandiert jedoch aggressiv und baut sein Angebot stark aus. Mehr Vertrauen ist kaum möglich. Uto Bader hält 68% aller Aktien. Das ist der Gründer und Vater vom Vorstandsvorsitzenden Nico Bader. Uto ist jedoch 76 Jahre alt. Er könnte 10% verkaufen, mein Leben über 30 Millionen einnehmen und sich was gönnen. Macht er aber nicht. Ich denke, ein Großteil wird an sein Sohn Nico fließen. Das ist reine Spekulation von mir. Doch das ist logisch. Der Sohn leitet bereits jetzt das Unternehmen. Dann sollte er als Dank sehr wahrscheinlich viele Aktien erhalten, wenn nicht sogar alle. Wir haben hier einen Schaufel Verkäufe mit Dividende. Die Zahlungen sind jedoch sehr unzuverlässig. Vor paar Jahren stand man in einer starken Krise. Diese sollten nun endgültig überwunden sein. Wir haben einen Aktienhype. Ich glaube nicht an eine Dotcom-Blase 2.0. Deshalb sollte der Hype anhalten und der Bader Bank zu starkem Wachstum verhelfen. Die Aktie ist seit ihrem Höchststand um 35% gefallen. Man kann nun Positionen aufbauen. Ich würde es aber nicht übertreiben. Ich würde die Aktien nicht zu hoch gewichten. Da sieht das Vorstandsmitglied Oliver Riedl ein bisschen anders. Er ist für den Brokerage- und Banking-Bereich verantwortlich. Riedl hat dieses Jahr 46 Käufe im Volumen von über 394.000 Euro getätigt. Die Investments waren für sich und seine Familie. Er hat dabei keine einzige Aktie verkauft. Das nenne ich starkes Vertrauen ins eigene Unternehmen. Chimps ist ein amerikanisches Telemedizinunternehmen. Man hat sich auf sehr sensible Bereiche spezialisiert. Dazu zählt die männliche Standhaftigkeit. Man bietet Pillen für ein besseres Bettvergnügen an. Man hat auch Mittel gegen Haarausfall, für eine bessere Haut oder gegen Angststörungen. Das alles sind sensible Themen, wo man nicht zum normalen Arzt möchte. Das gleiche Konzept bietet man auch für Frauen an. Die Sparte nennt sich HERS. Bei Chimps kannst du ganz einfach per Smartphone oder Computer zum Arzt gehen. Du redest dann mit einem zertifizierten Arzt. Er kann dir verschreibungspflichtige Medikamente geben. Chimps setzt auf einen gigantischen Zukunftsmarkt. Wir stehen aber erst am Anfang. Die Konkurrenten könnten Chimps theoretisch noch überrollen. Die Gewinner stehen noch nicht fest. Chimps hat ein freches und lockeres Konzept entwickelt. Damit sprechen sie die Kunden der Zukunft an. Alles ist dort entspannter. Ich sehe gute Chancen, da sie es packen. Der CEO, Andrew Dudung, glaubt auch fest daran. Mit seinem schlappen 31-Jährchen hält er stolze 6% aller Aktien. Ich habe dir noch eine zweite Person markiert. Weiter unten haben wir etwas versteckt. Ein Direktor namens David B. Wells. Das ist nicht irgendjemand, sondern ein echter Erfolgsgarant. 2011 war er Direktor von Netflix und hat sich fett Aktien gegönnt. Boom, der Aktienkurs ist seitdem explodiert. Im Mai 2018 hat er sich der Trade Desk gegönnt. Dort war er auch als Direktor tätig. Boom, die Aktie hat über 1800% gewonnen. Was hat unser lieber Wells nun gemacht? Er hat sich Mitte August fleißig Chimps Aktien gegönnt. Aktuell steht die Aktie ungefähr bei seinen Kaufkursen. Das nenne ich ein positives Omen. Wir haben eine starke Megatrendbranche. Wir haben ein Management, das an sich selbst glaubt. Wir haben einen Nick, der deshalb in Chimps investiert hat. Ich habe ungefähr 3500 Euro über mein Wikifolio reingebuttert. Hast du eine Aktie im Depot, wo das CEO große Anteile erhält? Schreib das für unsere Community unten als Kommentar. Abonniere meinen Kanal, um kein Aktienzip zu verpassen und bitte dring dran.